Das ist nicht geschafft. Tut mir leid. Sehr freundlich ausgedrückt. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Ein paar Stühle im Notfall nicht benutzen. Ja, und jetzt hier rausspringen. Spring doch. Gibt es noch einen Ausgang? Egal, der Mann. Ich glaube nicht. Was habe ich für Waffen? Eine. Geil. Da waren doch eigentlich mehr Waffen irgendwo. Jo. Jo. Lady. Gefangen. Nice. Ade, Jungs. Oh, Alter. Die Junge. Ja, dann zisch ab. Doch. In der Armee funktioniert sowas. Ja. Ja, der ist tot. Und ich bin auch gleich tot. Mama. Na toll. Sogar. 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 Geil bock auf sein Leben. Na toll. Ha 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 ha. Oh, Alter. 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 Oh, ich klicke mich für einen. Und ichichte mich für einen. Oh, da ist immer schön. Oh, shit. Oh, Junge, Junge, Junge. Geil Ja, Munition ist aber gut Aber ich hab halt nur Nicht so unbedingt Krassen Stuff Was soll ich den mitnehmen Anstatt die Pumpgun ist halt Anwender anstelle von der hier Bin ich ehrlich Aber von der hab ich halt nicht so viel Muni, oder? Von der hab ich genug Muni Kann ich die irgendwie noch upgraden? Hab ich da noch vielleicht Brandpunition Wäre Yo, die haben mich ja komplett Blank rasiert, die Jungs Äh Probieren wir's mal mit dem Auf geht's, auf gut Glück, auf YOLO Wo müssen wir hin Alles klar Auf geht's Geh mal rein Wie hatte ich's von, äh, man kann von jedem Objekt einfach instant getötet werden Genau Genau, das hab ich auch gemeint Wir verlieren ihr Videosignal Hören Sie mich Rolcher, die Verbindung greift ab Hören Sie mich Over Rolcher, hören Sie mich Ich versuche mein Videosignal zu verstärken Ich hoffe, ihr Jungs empfangt es Geil So ein Enkodierungsgedöns Oh Junge, ich hab gar keinen Bock hier rein Es sieht geil aus Es leuchtet Es leuchtet Oh, sehr einladend Okay, hier sehe ich nichts mehr Da geh ich mal Mal hier rein Oh, fuck Ähm Joa, gehen wir einfach mal weiter Ich hoffe, dass ich mich Hier nicht irgendwie verirr In diesem Labyrinth Hab ich's? Nein, ich hab's mal Oh, ich Okay Da bewegt sich was Scheiße Das ist das Ding, das Profit erwischt hat Ja, das ist das Ding, was Profit Kastriert hat Wie's aussieht Ey, wieso hab ich ne Taschenlampe drin? Ne, 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 ne Das will ich gar nicht Nein, 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 nein Taschenlampe Laser Visier Geil Das sieht so geil aus Einfach nur nice Okay Okay Okay, ich friere hier, wie's aussieht Ein Die Schwerkraft ist weg Ich versuche mich mit dem Booster zu stabilisieren Aber das kann an Weichheit dauern Äh Muss ich hier runter? Ne, okay Äh Oh, Junge Oh, nee, ich mach das gar nicht Uh, ein Loch Ah, okay Ja, mit der Ähm Wie soll ich sagen Mit der Orientierung werde ich mich jetzt hier ein bisschen schwer Verdammt, was zum Teufel war das? Das war ein Monster Das weggeschwommen ist So, können wir hier entlang Noch ein Loch, alles klar Nehmen wir es nicht, wie's aussieht In die Richtung Munition werden wir jetzt nicht verschwenden Wir werden eher Warte, ich muss es umsetzen Ne, Optionen Äh So Ja Besser Weil dann kann ich ein bisschen mehr Nahkampf verwenden Weil mit T die ganze Zeit drauf drücken ist halt Stimmt Oh, eben, Alter Hier sind Kabel defekts Da ist ein Licht Ein Licht Welches ich entgegen fliege Gut Ich bin hier nicht allein Ja, das haben wir auch gemerkt Aber auf die Dinge hab ich Gar keine Lust Bin ich ehrlich So, muss ich hier rein irgendwie? Eigentlich muss ich da rein Okay Ich hasse diese Viecher Ich hab noch so ein Problem mit den Viechern Gebern So, ich fährt schon Hier haben wir ein bisschen Licht Da sieht's aus, als ob wir da nicht unbedingt durch müssen Okay Alter Ey, der Es macht dir halt nichts, ja Aber es sieht grausam aus Boah Wenn du bei so einem Ding in Real Life irgendwie hängenbleiben wirst Obwohl du Nanoshoot hättest Alter, der war schon instant tot Ah, okay Mit STRG gehe ich runter Auch sehr interessant Also, kommt hier was? Ne, hier kommt nichts Okay, Boy Dich muss ich wahrscheinlich Ich hätt's nehmen können Ich hätt's das Ding einfach nehmen können Kann ich Warte Es ist, als würde mich irgendeine Strömung zurücktreiben Ich muss gegen den Strom ankämpfen Okay, wir wissen ja schon mal Bescheid Dass hier am Anfang noch gar nichts ist Ähm Wenn ich das Viech packen kann Einfach umbringen Dann wär's auf jeden Fall witzig Okay, das Viech hat sich verkrümmelt Einfach Schwerelosigkeit auf der Erde Das wär natürlich auch geil Ja, jetzt wissen wir, dass ja hier nix passiert Und schwitzen wir hier mal durch So So, jetzt kommt da einer Jetzt müsste da gleich einer kommen Maximale Stärke Entweder ist das Viech unsterblich Was natürlich auch gut sein kann Weil es halt So programmiert ist Dass die dich kurz hittet Oder sowas Und dann Sich einfach nur noch verpisst Boah Sieht das Ding grausamer aus Ich hab's gekillt Guck mal Das Ding hat sich geöffnet Und es hat sich geschlossen Fertig Das Viech ist down Geil Okay Okay Einfach Was machen wir am besten mit Dudes aus dem Weltraum Ja, wir zerstören deren Technologie Perfekt Kann man machen Muss man aber nicht Junge Ich schwimm hier mal weiter durch So Gehen wir mal wieder auf Pumpgun Ich glaub das wird Ein bisschen interessanter Da Da nach unten Ist irgendwie Was Aber Irgendwie Ne, das ist nur Licht Okay Ja Schwimm ins Licht Oh Gott Oh Jumpscare Ich seh's schon Du guckst raus Und Und Es passiert Gar nichts Ey, wir haben grad deinen Bruder gekillt Chill mal Er schießt doch zurück, Bro Hä Ja, das Ding davor war auch tot Oder ist tot Menjul Irgendein Fisch Irgendein sehr, sehr alter Fisch Maximales Tempo Maximale Panzerung Maximales Tempo Tempo geht sogar komplett auf Null Alles klar So So Gehen wir mal weiter Die Musik Ey, Katastrophe So Okay Okay, da schwimmen die irgendwie durch Ja gut Geil Also Man muss sich ja mal vorstellen Die Leute Die das Spiel ja programmiert haben Und jegliches Die haben ja das Ganze hier auch noch mit erfunden Erst hab ich mir ein bisschen die Orientierung verloren Die haben ja das Ganze Den ganzen Spaß hier mit erfunden Das heißt Die ganze Grafik Also das Ganze hier Design Ey, das ist halt abartig geil Also Hast selten solche Leute Die eigentlich sowas Du musst halt eine kranke Fantasie haben Also krank im Sinne von Eine sehr gute Fantasie Ich betrete jetzt deine große Kammer Was ist das für Ach du heilige Das ist Die Waffenkammer Ey, das ist halt so Geil Das Ding Ich hätte vor der selbst Einfach in Real Life Sowas Das war so nice Okay Okay Wo muss ich hin Also ich seh da schon mal einen Kollegen Und ich seh noch einen Kollegen Die werden mich wahrscheinlich sehr wollen Deshalb nehmen wir mal kurz Den Kollegen mit Aktiviert Aktiviert